Hallo, habt ihr euch schon öfter gefragt, bei welchem Typ ihr die Reflecto Seal Farbe Tiefblau am besten anwenden könnt? Bei Rita zeige ich euch heute, wie diese Farbe am besten zur Geltung kommt. Rita hat wunderschöne dunkelblonde Haare und wirklich tolle Augen, die aber durch die sehr hellen Wimpern kaum zur Geltung kommen. Um die Augen stärker zu betonen, färbe ich die Wimpern mit Tiefblau.